Und da nehmen sie jetzt sehr sehr gerne Tempo auf mit Feil. Schnellbacher läuft schon wieder hinter die Kette und jetzt könnte es ganz ganz schnell gehen und es geht richtig schnell. Vierte Minute, Schnellbacher ist wieder da. Sein siebtes Saisortor und es ist so einfach. Fußball kann so einfach sein. Er zeigt es an, spielt den tödlichen Ball hinter die Kette zu Manuel Feil. Er läuft in Position und dann ist er nicht mehr aufzuhalten, gerade auch in der aktuellen Verfassung. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.